Hallo Pflanzenfreunde, August-Update von meinen Eukalyptusbäumen. Nach dem Rückschnitt im Juni hat der alte Baum wieder reichlich ausgetrieben und muss weiter zurückgeschnitten werden. Ich habe jetzt 5 Äste stehen lassen. Die können nun ungestört weiter wachsen. Der nächste Schnitt ist erst im folgenden Jahr. Dann werden nur noch ein oder zwei der kräftigsten Triebe bleiben. Im Hintergrund der neue Eukalyptus. Dieser ist inzwischen etwa 1,70 Meter hoch. Damit hat er seine Höhe seit der Lieferung Ende April vervierfach und ist durchschnittlich 1 Zentimeter pro Tag gewachsen. Anfangs etwas weniger, in der ersten Augusthälfte sogar fast 2 Zentimeter pro Tag. Auch ihn werde ich den Rest des Jahres ungestört weiter wachsen lassen. Ich bin gespannt, wie viel er noch schafft. Nächsten Monat gibt es wieder ein Abdeck.